Sind Katy Perry und Robert Pattinson zusammen? Hm, nun, es wurde berichtet, dass ihre Freunde das wollen. Und nachdem die beiden an diesem Wochenende gemeinsam bei Coachella waren, könnte sich der Wunsch erfüllen. Katy ist schon lange Zeit mit Robert befreundet, auch mit Ex-Freundin Kristen Stewart. Wir schätzen, es war eine ziemlich seltsame Situation, als die beiden angeblich Rupert Sanders' Ex-Frau Liberty Ross trafen. Kleine Auffrischung, Rupert ist der Kerl, mit dem Kristen Stewart ihn betrogen hat. Eine Quelle erzählte E! News, sie haben nicht miteinander gesprochen, aber sich definitiv gesehen. Die ganze Situation soll einfach extrem komisch gewesen sein. Aber er war cool, sie war cool und es ging einfach weiter. Robert und Katy scheinen sich wohl miteinander zu fühlen, aber glaubt nicht, dass es romantische Gefühle gibt. Im letzten Jahr erzählte Katy L Magazine, Ich pupse vor ihm und zwar so richtig und das mache ich nie vor einem Mann, mit dem ich ausgehe. Das ist eine Regel. Sie fügte hinzu, Letztens sagte ich, Ich bin richtig stolz, dass ich nicht mit dir schlafe, Robert. Und das ist die Wahrheit.